Wer jetzt glaubt, dass Samsung nur noch High-End-Telefone macht, der hat sich geirrt, denn hier kommt das Samsung J3 Duo. Das sieht so ein bisschen aus wie das Samsung Galaxy S3, hat auch so ein leicht, naja, nicht wertiges, sag ich mal, Plastikgehäuse. Und wir haben im Test mal geschaut, was das Ding denn so taucht. Dieses Telefon ist brandneu und wirkt doch wie aus der Vergangenheit. Das Samsung J3 Duos kommt im schnöden Plastikkleid. Das wirkt ein bisschen billig, aber nicht unhandlich. Die Rückseite ist minimal aufgeraut. Vorteil, sie lässt sich abnehmen, der Akku ist schnell getauscht. Größter Vorteil des J3 Duos ist die Dual-SIM-Funktion. Zwei SIM-Karten und eine MicroSD-Karte lassen sich gleichzeitig einlegen. In unserem Test akzeptierte das Gerät Karten bis zu 200 GB. Eine SD-Karte ist auch dringend nötig, denn mit nur 8 GB internem Speicher ist das Gerät sehr mager ausgestattet, zumal davon ab Werk nur 4,83 GB nutzbar sind. Auch der Arbeitsspeicher ist mit einem GB recht klein ausgelegt. Dennoch, die Rechengeschwindigkeit überzeugt, das J3 Duos lässt sich flüssig bedienen. Das Display ist 5 Zoll groß. Für Videos, Spiele oder Surfen im Internet gerade noch groß genug. Mit 546 Candela pro Quadratmeter ist es etwa so hell wie ein iPhone 5S. Das Bild ist kontraststark, dank Super-AMOLED-Technik, die früher bei Samsung nur in der S-Klasse üblich war. Die Auflösung liegt bei 1280x720 Pixeln, also einfachem HD. Für diese Preisklasse ist die Displayqualität sehr ordentlich. Ein Blick auf die Kameras. 8 Megapixel hat die Hauptkamera, sie taugt aber höchstens für Schnappschüsse. Selbst bei Tageslicht erreichte sie in unserem Test nur die Note ausreichend, bei wenig Licht versagt sie fast ganz. Die Frontkamera mit 5 Megapixeln schlug sich im Test dagegen recht passabel und kam auf die Note befriedigend. Das Gerät wird mit dem etwas älteren Android 5.1.1 ausgeliefert. Das J3 funkt auf allen in Deutschland üblichen LTE-Frequenzen, schnelles WLAN-AC fehlt aber, ebenso das störungsarme WLAN im 5 GHz-Band. Die Anbindung im N-Standard ist dank mehrerer MIMO-Antennen aber gut. Mit 10 Stunden und 28 Minuten erreicht das J3 Duos eine passable Laufzeit. Es hält bei intensiver Nutzung länger durch als der ganz große Bruder Galaxy S7. Es ist schon erstaunlich, was sich so alles in den 142 Euro Handy reinpacken lässt. Nämlich ein robustes Gehäuse, wechselbarer Akku und ein schönes Display. Auf der Negativseite haben wir die mäßige Hauptkamera und der Speicherplatz ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, weil ein bisschen wenig. Ansonsten ein solides Gerät haben wir mit 2,56 bewertet und ist somit ganz knapp am Gut vorbeigerutscht.